so leute einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zum nächsten kleinen video von mir ja leute ihr sieht schon wieder eine andere kamera ich habe mir jetzt mal gedacht weil die letzten tage minecraft immer noch nicht funktioniert hat trotz deinstallieren denn psd gesagt deinstalliert ps4 ausgemacht ps4 wieder angemacht minecraft neu runtergeladen wieder gestartet ging nicht ich habe alles mögliche versucht leute wirklich alles mögliche und es geht nicht ich habe jetzt gedacht ich nehme euch jetzt einfach noch mal mit ich habe bevor ich zur arbeit gegangen bin es nämlich gerade nach der arbeit habe ich die ps4 gedacht habe ich minecraft nummer deinstalliert neu installiert es ist jetzt nage neu installiert und ich werde jetzt einfach mal für euch die konsole anmachen den fernseher und dann werden wir mal kicken leute ob minecraft geht oder nicht also meine meinung sagt nein aber ihr könnt ja mal auf pause machen und das in die kommentare schreiben könnt ihr gerne machen nicht wundern leute wenn das bild gleich ein bisschen lila wert das was ihr sieht das liegt daran sieht ihr jetzt schon weil das ein 4k fernseher ist und die handykamera von meinen sehr guten huwai handy was eigentlich richtig geile bilder machen alles ja sieht ihr auch schon nimmt das nicht so auf wie es da sein soll also bei mir ist das bild echt hell und farbenfroh aber durch dieses 4k im halt es sind die pixel anders und ja die leute die sich damit auskennen wissen eigentlich auch bescheid ja jetzt werden wir mal reingehen und dann mal gucken sollte eigentlich auch in derzeit kein neues update gekommen sein hoffen wir mal sonst hätten wir es aber schon längst gemerkt und ja ich weiß nicht was ich dazu sagen soll das hängt jetzt schon wieder an also ich glaube nicht dass wir reinkommen weil das höre ich daran weil mir der ps4 jetzt auf einmal ruhig ist normalerweise wenn es weiter lädt und wir reinkommen wird die ps4 nämlich ein bisschen lauter daran höre ich das nämlich schon aber es sieht danach nicht aus ich könnte jetzt das video unendlich lang laufen lassen wir lassen es jetzt mal länger laufen aber ich glaube nicht aber erst mal euch leute wie geht es euch ich hoffe ich geht es gut bestimmt also mir geht es wunderbar außer arbeit ein bisschen stressig hier und hin und her und ja gucken wie ich videos mache für euch weil ich will gerne cd bild ps4 videos weiterhin machen für euch aber es geht nicht leute wie gesagt es liegt nicht an mir dafür braucht ihr mir nicht die schuld geben dafür muss dem mojang minecraft ps4 edition die schuld geben und wie gesagt ich will gerne mit euch zocken aber ihr merkt dass ich wie gesagt auf ps4 kaum online bin das ist eben halt der grund leute dieser bildschirm egal was ich mache neu installiert deinstalliert egal was ich mache ich habe sogar alle welten schon einmal runter gehauen neu raufgepackt deinstalliert wieder neu und die welten sind nicht weg der cd wird auch weiter gehen bloß ich muss warten bis dann die neues update machen damit vielleicht dieser bug mal gefixt ist aber das dauert ja anscheinend noch also ich weiß nicht wenn ihr gesagt wir ein update kriegen auf minecraft aber wenn ihr das wisst leute könnt ihr es gerne in die kommentare schreiben damit ich darauf hinfiebern kann dass das wieder funktioniert weil ich will mit euch zocken mit allen meiner abonnenten allen die ich auf ps4 habe eben halt zocken und nicht hier ihr seht es das sind jetzt schon wieder drei minuten oder so die wir erwarten bestimmt mal vier minuten geht das video jetzt was ich mit euch aufnimm also keine ahnung ich weiß nicht was ich dazu sagen soll vielleicht fällt euch noch irgendwas ein das könnt ihr auch wie gesagt gerne in die kommentare schreiben aber ich habe jetzt gedacht ich nehme euch einfach mal mit damit ihr seht frisch von der arbeit gekommen davor wie gesagt installiert deinstalliert ich sehe das das ist nicht mehr normal ja mir bleibt jetzt nicht anders aus noch mal ich werde es jetzt noch mal versuchen ja morgen alle welten noch mal runter nehmen und die dann auch erstmal runter lassen denn werde ich das eben halt deinstallieren ps4 ausmachen ps4 neu starten wieder installieren und auf die hoffnung dass es denn funktioniert habe ich zwar alle schon mal gemacht aber wir werden es jetzt noch mal machen damit wie gesagt das funktioniert für euch aber kicken wir so geht ja immer noch nicht weiter das ist doch wieder grauenhaft 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 hallo ihr merkt es ihr seht es wir können noch mal hier so nicht wundern dass das bild so jetzt ist er verschwommen stell mal scharf hallo was ist denn hier los mit dir so nicht wundern leute lasst euch davon nicht irritieren wir machen mal so so und jetzt warten wir noch mal eineinhalb bis zwei minuten damit ihr es wirklich seht ich habe dass ich noch mal neu starte und es trotzdem so lange dauert weil jetzt zu deinstallieren neu zu installieren wird zu lange dauern dann müsste ich nachher wieder zu viel schneiden das kann ich aber gerne mal morgen für euch aufnehmen weil man kann ja noch nicht mal hier oben guckt so aufnehmen sonst hätte ich nämlich so gemacht weil ich nämlich keine Lust habe meine Egato da hinten anzuschließen da hinten in der Ecke irgendwo liegt sie und ja man muss auch mal ohne gehen aber was soll's so 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 ja Leute ihr seht es es liegt wieder nur extrem und es geht nicht weiter was ein beschissener Bug im Einkauf mal ganz ehrlich ja Leute wie gesagt ich werde es jetzt beenden ich werde warten bis dann das Update kommt und dann nochmal für euch versuchen weil es bringt nichts ja guck mal allein das schließen wie lange dauert denn das in Minecraft das ist doch nicht mehr normal ja Leute keine Ahnung abwarten 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 Leute ich bedanke mich fürs Zuschauen wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video oder Livestream euer Elementrix ich 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 Vielen Dank.